In der Robotik denke ich, sind wesentliche Herausforderungen eine möglichst ganzheitliche Umgebungserfassung, also Sensorik, dann Unsicherheiten, die in der Robotik herrschen. Das heißt, der Trend geht immer mehr hin zu ortsflexiblen mobilen Systemen. Das heißt, ich habe eine hohe Dynamik in der Umgebung. Das heißt, ich gehe weg von starren Automatisierungslösungen, wo ein Roboter in einer Roboterzelle den ganzen Tag immer die gleichen Programmroutinen abarbeitet, sondern ein Roboter muss künftig autonom agieren können in einer dynamischen Umgebung und dazu sind verschiedenste Entwicklungstrends notwendig. Ja, bei der strategischen Frühaufklärung geht es im Grunde genommen darum, dass man sich positioniert für mögliche zukünftige Entwicklungen. Das heißt, es wird versucht zu antizipieren, welche Zukunft im Raum stehen und daraus abzuleiten, wie man sich strategisch im Unternehmen positioniert. Also die wichtigsten Trends in der IT-Branche sind sicherlich zum einen das Thema Blockchain und da nicht nur das Thema Kryptowährungen, sondern insbesondere das dezentrale Speichern von Informationen, die nicht mehr verändert werden können und zum anderen das Thema künstliche Intelligenz. Und da gibt es gerade extreme Fortschritte und ist ein interessantes Themengebiet, weil es auf der einen Seite extreme Möglichkeiten bietet, aber auf der anderen Seite eben auch viele interessante Risiken, denen man begegnen kann. Also wir sind der Zollhof Tech-Inkubator. Wir unterstützen technische Gründer, das heißt mit einem technischen Produkt und einem skalierbaren Geschäftsmodell. Wie machen wir das? Wir fangen an mit Arbeitsplätzen. Es gibt bei uns sehr günstige Räumlichkeiten, die man bei uns mieten kann. Man kann das Büro 24-7 besuchen, so jeder Tages- und Nachtzeit. Wird auch genutzt. Also am Wochenende ist viel los. Und dann gibt es ein ganzes Leistungspaket an Coaching, an Workshops, die wir unseren Startups anbieten in den ersten sechs Monaten. Sehr, sehr intensiv. Also da gibt es jede Woche verschiedene Workshops und Coachings. Und dann kann man auch unsere Skills auch direkt buchen. Also wir können stundenweise auch unseren Startups zur Verfügung stehen. Wenn es Richtung IT geht, Richtung Design, Richtung Marketing, Themen unterstützen wir ganz direkt.